Ich habe schon mal eine Klärfrage, ich gebe Tanzkurs in vielen Volkshochschulen. Leider, meine Teilnehmer wollen meistens nicht in Videos kommen. Deswegen bin ich mal die ganze Zeit, die meiste Zeit allein. Also heute werde ich anfangen, ein bisschen zu erklären, was ich so mache, wie wir einfach unseren Körper fit halten können. Es geht um afrikanische Tanz, es geht um Morkau, es geht um Spaß, es geht um viele, viele, viele Sachen. Also bleiben Sie dran und please, share und abonnieren Sie sich. Dankeschön.